Ich warte nur auf den Moment, wo meine Ma reinkommt und mir sagt, dass ich aufhören soll. Alles klar. Oh, fuck, Alter! Oh, scheiße! So, Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu diesem Video. Und ja, ich bin heute mal wieder witzig drauf gewesen und hab mal wieder gedacht, ja, ich mach mein Video in der letzten Sekunde. Und ja, ich hab heute Schule und es ist jetzt gerade... 2 Uhr in der Nacht. Auf jeden Fall ziemlich schön, dass ich jetzt noch ein Video aufnehme, dass ich gleich schneiden muss und rennen muss. Also wundert euch bitte nicht, warum hier jetzt gerade so saurwenige Leute auf dem Server sind. Oh man, ich glaub, wie kann ich noch nicht mal irgendwie rein. Und ich glaube, hier ist tatsächlich alles leer. Ne, hier. Okay, ich glaub, hier wird sogar noch teilweise gehen. Und ja, wir spielen wieder Community versus me. Das heißt, die nächste Runde, wenn ich jemand von euch auswähle, wird die nächste Folge sein, weil ich kann jetzt einfach niemanden mehr anskypen. Ich trau mich das einfach jetzt gar nicht. Und ja, steht gerade 0,0. Ich kann leider keinen Effekt oder so reinmachen, tut mir leid. Leute, außer ein kleines Special. Ich möchte euch ja natürlich nicht komplett Special loslassen. Und zwar habe ich ein eigenes Intro gemacht, ja. Eigentlich ganz witzig geworden und habt ihr auch schon davor gesehen. Ist self-made und, glaube ich, tut mir leid, wenn ich das Video jetzt ein wenig verplant mache. Und ja, aber eigentlich heißt es ja, abends spielen mir ein paar mehr bessere Spieler drauf. Gucken wir mal, ob das auch stimmt. Okay, er brennt, wenn er sich selbst angezündet hat. Ich glaube, es ist nur ein Klischee. Okay, er portet sich in die Wand, alles klar. So, und da müsste er jetzt gleich down sein. So. Oh Mann, Leute, das gibt's doch nicht. Warum vergesse ich das sowas immer? Sag mal, ja, kann man dann machen. Aber dann bin ich einfach so versessen, dieses Intro noch zu Ende zu machen. Und ja, naja. Ich finde es eigentlich ganz witzig. Weil ich einfach mal, ich mag es ja nicht, wer mich kennt. Ich mache immer so, versuche immer so was Neues zu machen. Das war jetzt vielleicht nicht so, dass man es hat bestimmt schon jemand anders auch gemacht. So, und außerdem spielt es jetzt 3 zu 0 für mich. Das heißt, noch hat mich keiner geschlagen. Vielleicht bleibt es ja auch so, man weiß es nicht. Mal gucken. Und, äh, das könnte ein Kid sein, wo ziemlich viel Ping gefragt ist und ziemlich viel, ähm, ja, Hit-Aiming, was weiß ich. Also eigentlich mag ich so die Kids wohl. Äh, nur Rock Kids für mich. Die für mich zum Beispiel total scheiße. Also kommt durch, da geht euch jetzt nicht an persönlich für die, die so ein Kid haben, aber, nee, bro. Nee, nee, I don't like it. Und ich hasse alleine Boss-Spam-Kids. Das ist einfach ein fucking Unendlichkeitsbogen. Stell dir mal vor, ihr hattet so einen Bogen in Varro, alter Vater. Das wäre ja krank. Oh, ich glaube, meine Facecam ist komplett schief. Aber naja. Wollen wir ja mal gucken, wie das nachher aussieht in der Aufnahme. Ah, passt. Spaß schon. So. Das war ein Okay. Es geht nicht. Ich hätte mir auch eine 6 geben können. Nur schon wieder der Typ. Och, willkommen. Noch wurde ich echt nicht geschlagen. Krass. Was ist das für ein Schwert? Schutz 5. Schutz 5. Bringt das für die überhaupt nichts. Einfach auf einem Schwert. Warum das denn? Da hat wohl jemand Spaß beim Kette erstellen gehabt. Und wo ist der Typ hin? Ah, er hat sich weckt. Ah, so. Zeit, dass ich... Okay. Schon verstanden. So. Jetzt könnte ich ein bisschen Lava. Ein Schadensdrank gönne ich mir. Der hat mir, glaube ich, einen Schwertrank reingedrückt. Irgendwann kommt mir das Haar stark so vor. Ja, der hat mir auf jeden Fall einen Schwertrank reingedrückt. Ähm, ja. Oh mein Gott. Immer noch kein Los. Ich würde mal sagen, das ist, glaube ich, schon die beste Runde. Okay. Und, ja. Sorry, Leute. Ich habe es einfach voll verpeilt. Aber ihr kennt meine anderen Videos ja alle. Community Time ist immer krass geschnitten. Und was weiß ich. Das nächste Survivor wird auch wieder besser. Wird wieder krass, krass von der Bearbeitung her. Und, ja. Ich warte nur auf den Moment, wo meine Marien kommt und mir sagt, dass ich aufhören soll. Alles klar. Oh, fuck, Alter. Oh, scheiße. Was? Was? Oh, Leute. Sorry, ich habe jetzt gerade noch mich verloren. Nee, habe ich sogar gewonnen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Was ist das denn? Alter, was? Okay, die Runde habe ich auch gewonnen. Easy. Ne Spaß. Alter, ich bin ja so wrecked. Okay. Alles klar. Also, hau da rein, Leute. Das war's von dem Video. Ich fand's eigentlich recht witzig. Und wenn euch gefallen hat, das gerne eine positive Bewertung da. Ich gebe mir so viel Mühe, dafür das immer so pünktlich zu bringen. Und ich hätte jetzt auch einfach sagen können, nee, mache ich andermal. Und ja, nee, ich bin so nicht und, äh, hing das dann auch in der letzten Sekunde. Aber, ähm, ja, ich werde meine, also das andere, die anderen Videos werden wieder krass gekattet sein, wie ihr das gewohnt seid. Vielleicht ist das ja auch wieder, ich kenne mich ja nicht, ne. Und hau da rein, bis zum nächsten Mal und ciao.